Hallo, schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich sehr, dass ich dich heute wieder schminken darf. Ja, ich habe hier schon alles vorbereitet. Weißt du, ob du mehr so ein kreatives Make-up haben möchtest oder mehr so ein schlechtes oder normales, ohne irgendwas Body-Paint-mäßiges drauf? Ja, ich habe hier Body-Paint, also ich habe dich einmal ausgelenkt. Ich habe alle verschiedene Farben. Wenn du möchtest, kann ich dir auch etwas Aufwändigeres machen. Sehr gerne. Können wir machen. Einfach mehr so die Augen möchtest du. Vielleicht so Herzen, ja. Oder ich habe heute auf Pinterest gesehen, die eine hat so einen richtig schönen Eyeliner getragen, ein bisschen dicker. Und dann hat sie hier so Blumen. Können wir machen? Ich habe, wir können auch Schmetterlinge machen. Okay, kriegen wir hin. Okay, ich bin gespannt. Dann fangen wir zuallererst an mit Lippenbeisern. Genau. Sehr gut. So. Gedünnte Feuchtigkeitscreme. Also ich werde zuallererst erstmal so, genau, die Base machen und dann werde ich eine hoch machen. Okay. Mir geht's auch sehr gut. Also tatsächlich hatte ich gestern, also ich hatte gestern meine letzte Japanischstunde. Es war sehr gut. Die Leute sind unglaublich lieb. Und ich werde mich auch bei dem nächsten Japanischkurs jetzt anmelden. Also es ist ja mal drei Monate. Und dann geht der nächste Kurs weiter. Da werde ich mich auf jeden Fall anmelden. Und da letztes Mal der letzte Kurs war, war ich noch mit ein paar Leuten am Essen. Ja, war ich. Und es war richtig schön. Und ich habe dir mal erzählt, oder du weißt ja, dass ich früher mal so ein bisschen mit Sozialphobie zu kämpfen hatte. Es ist besser geworden, ja. Also ich würde es nicht mehr als Sozialphobie bezeichnen, was ich jetzt habe. Einfach ab und zu soziale Ängste. Genau. Und dann war ich gestern dort und ich hatte keine Angst. Ich war selbstbewusst. Mir ging es richtig gut. Und ich konnte es richtig die Gesellschaft meiner Mitmenschen genießen. Und auch so allen so Aufmerksamkeit geben. Und war nicht so die ganze Zeit in meinem Kopf. Und habe mir Sorgen gemacht so. Das war richtig schön. Ich war richtig stolz auf mich. Also ja, mir geht's gut. Wie geht es dir? Ah, dir ist gut. Sehr gut. Ja, ich wusste, dass du es gut machen wirst. I know you. Aber es ist dir schwer gefallen, oder? Ah, okay, okay. Wir machen hier beide richtige Wortschritte. Sehr schön. Gut. Und ich werde die dazunehmen. Was ist denn so? Okay. Ich stopfe das einmal, verblende das einmal. Ich stopfe das einmal, verblende das einmal. Ja, ich fand das so cool, als du letztes Mal diese Roller-Roy rausgeholt hast und dann so ein Bild gemacht hast. Finde ich auch. Ich finde das halt auch irgendwie voll schön, wenn man so ein Bild hat und dann ist das nochmal sowas Besonderes. Ja, ich war lange überlegen, ob ich mir die hole. Aber ich habe es jetzt auch gemacht. Ja, ich habe mir die Rosanne geholt. Ja, so. Dann kommen wir jetzt, dann kommen wir jetzt so. Und dann kommen wir jetzt so. Und dann kommen wir jetzt so. 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 Ich wollte es schon so lange mal machen, aber ich habe mich aber nie so getraut, das mal alleine zu machen, weil ich weiß nicht. Ja, eigentlich kann das einem komplett egal sein, was so andere Leute von einem denken. So, man nimmt sein Leben, man kann auch alleine ins Kino gehen, wenn man Lust hat, warum nicht, genau. Deswegen werde ich das erstmal morgen versuchen, einfach mal mehr so Sachen alleine machen, ins Kino gehen alleine, mal schicken, essen gehen alleine. Ja, ja, genau. Ich bin gespannt. Ich berichte. So, mal ein paar Highlighter hier. Na, so. Ja. Und da, genau. Oh ja, ich bin gespannt, was du am Ende sagen willst. Ja. 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 So, So Okay Okay, sehr gut Dann kommen wir jetzt zu dem spannenden Part Jetzt machen wir das Make-up, das Augen-Make-up Okay Ich habe mir einen neuen Concealer gekauft Eyeliner Und zwar habe ich mir so einen Braun geholt Ja, ich habe auch immer so einen schwarzen Vorbeinutzt Wählen wir uns dessen Ich bin gespannt, ob es dir gefällt Okay Achtung, nicht erschrecken Augen zu Du bist immer dein Auge, genau Okay Andere Seite Ich muss dich das kurz gucken, wie ich das war Warte mal Ich habe mich da ein bisschen vermeint Ich mache das da nochmal neu Okay Okay Jetzt Jetzt Okay Okay Okay, so Okay, so Dann kommen wir jetzt zu dem Motiv Auf Wie immer so ein Pinsel Das ist so ein ganz dünner Pinsel Genau Genau, einmal Augen zu Ich glaube, das ist leichter Dankeschön Okay So So Okay 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 Die erste ist fertig Ich brauche hier eine Ich brauche hier eine Okay Ich bin sehr konzentriert Andere Seite Ja Ja Vielleicht können wir Ja Ähm Den nächsten Tag nochmal uns Fabrieren Fotos machen Hätte ich auch Lust zu Können wir gerne machen mit Make-up Outfit Ja Möchtest du mehr so Kreatives Shooting machen Oder einfach so ein schönes Shooting So ähm So dass man halt Fotos macht Wenn man halt so unterwegs ist So Lifestyle Fotos meine ich Genau Können wir machen Ich habe mich dabei Okay Wann hast du Zeit? Das passt Das ist bei dir auch gut was Okay Ich gehörte Ich gehörte Das sieht schon sehr gut aus Möchtest du ein Glitzer haben? Ja ich habe drei verschiedene Ja ja Ich habe ja einmal So ein goldenes Glitzer Silbernes Danke Jetzt noch ein goldenes Und dann habe ich noch so ein weißes Welches möchtest du haben? Ähm Ähm Ja Ich glaube das Das glaube ich auch Ist mir schon mal passiert Da war überall ein Glitzer Oh das war anstrengend Ich hatte auch da noch die anderen Tage Oder die nächsten Tage Überall ein Glitzer Und dann habe ich auch noch die Aber die war schon mal Ja Wie ist das? Ich liebe es 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 Möchtest du heute mal austesten, so, ähm, warte, ich zeig's dir, habs gleich, okay, möchtest du diese hier austesten, also so, fake, vampan, we're going all in, okay, we're going all in, so, dann einfach nach oben schauen, okay, möchtest du zwei Schichten, okay, falls warten wir immer kurz, bis es leicht angetrocknet ist, oder, you know, so, okay, so, okay, okay, das ist sehr gut, jetzt stehe ich rupan, so, okay, erst geschafft, dann die zweite, jetzt, okay, perfekt, du siehst wunderschön aus, steht dir richtig gut, so, hab ich hier einmal den Spiegel, und was sagst du? Gefällt es dir? Ja, das freut mich, ähm, kann ich gleich noch, oder kann ich jetzt ein Foto machen, ein kleines Fotoshooting, gut, dann, genau, ja, ganz genau, da ist das Licht besser, finde ich auch, so, und einmal, oder, erst mal vom Weiten, okay, genau, einmal nach da kommen, okay, ich mach noch mal von deinen Augen, ein kleines, eine, eine Aufnahme, okay, sehr schön, I love it, danke schön, ja, dann wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Tag, Abend, hat mich auch sehr gefreut, dich wiederzusehen, und ich freue mich dann, wenn wir das nächste Mal ein Fotoshooting machen, ja, dann sehen wir uns, bye!